Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town mit den alten Verbrechern Ronny Sully Kai Sully Wow Und Nico Servus Schön seid ihr wieder da, schön habt ihr wieder eingeschaltet um zu schauen wie ich hier abkacke Es hat schon über den Panzer gestört Es hat schon über den Panzer gestört? Die haben es nicht gesehen Ich habe noch rausgekommen und dann fahre ich an Wer schießt du denn? Ich habe mich selber fortgesprengt Wow Ich komme nicht weg Hey, 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 hey Es ist schwer Warte Warte Du gehst weg So gut Du hast fast gelebt mehr Du hast fast gelebt mehr Du hast fast gelebt mehr Ich habe noch 89 Ich habe mich Ich habe mich gespürt Ich habe mich gespürt Wie sagst du? Ich habe mich mit der Disco fortgesprengt Einmal Du hast alles gespürt Geht Ehm, Kai 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 Roni Na, alles klar Nico Ich glaube es auch, ja Wo ist denn? Bälle von beiden hast du es? Niko? Ja, ich bin es nicht. Roni? Ich hasse das Spiel. Roni? Hier muss es ein ganz klarer Timo sein. Ich habe mich verstecken, ich habe keine Bock mehr. Ich kann jagen, das ist für mich kein Problem. Ja, du bist es in diesem Fall. Wer ist es? Fuck! Ich habe es nicht gesehen. Du, Niko hör auf, hör auf! Bist du es? Nein, du bist es. Nein, ich bin es nicht. Es lebt noch einer von diesen. Ich bin es nicht. Ich habe nur 16% Leben, ich lege die Waffe weg, wenn du nicht glaubst. Das ist gut. Das ist gut? Timo, der Roni steht. Nein, einer von denen ist es. Roni? Roni? Timo? Timo? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. So, jetzt kann ich mich mal fragen, wie kann man das? Ich verstecke mich jetzt. Das ist für mich kein Problem. Bekommt man immer wieder Geld, oder wie? Nein. Schade. Wenn man jemand stirbt, bekommt man Geld. Ich bin fast verreckt vor Lachen. Ich weiß nicht, dass wir noch 5 Sekunden Zeit sind, um jetzt zu töten. Das ist vielleicht. Ah, verdammt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Von Roni in Terrorist Town. Trouble in... Roni in Troubletown. Schön, Nico. Die Toten sprechen. Ja, du bist aggressiv. Alter, wie kommst du da hinein? Ja, das ist ein Fick. Wo geht's? Hab die Idee gefaubt! Das ist ein guter Mixer. Bote Menschen lügen nicht. Wie lange geht's noch? Wo sagt man das? 42. 29 Sekunden. Ich habe keine Chance. Wieso säkelst du jetzt davon? Ich will leben. Das ist fett. Wir leben. Nein! Nein! Alter, das fuhr ein MGHEDER! Alter, knapp. Mehr als knapp. Sorry, Timo, habe ich umgebracht. Ja, ich habe dir das gesagt. Du Sack! Ja, aber sonst kann man es dir nicht umgeben. Was soll das wieder heissen? Ich habe noch nie gelogen in diesem Spiel. Ja, genau. Hast du wirklich die Brücke auf mir lacht? Ja, Mann! Ich bin fast... Und dann habe ich gedacht, wenn ich so... Ich habe die anderen sicher drauf. Dann habe ich gedacht, bei mir mal. Vielleicht. Ich bin fast verreckt gelacht. Und du läufst vor mir. Wie hast du vorhin gesehen? Du stockst bei mir. Stockt er bei den anderen auch? Ah, scheisse. Das ist ja okay. Nein, ich habe gedacht... Ja, geil! Oh! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Aber ja... Jetzt sind die verdammt wenig Sniper gewehrt. Ja, geil! Vorher habe ich eben eins gefunden und dachte, das ist immer eins. Ist nicht so. Nico, hör auf! Hör auf! Guck! Guck! Du gehst nicht immer noch, Timo? Nein. Also ich glaube ich gehe nie mehr in so einer Lade hinein. Ein Problem! Hey! 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 Wo, wo, wo! Ich höre eine Schuss. Ich habe ein Fass gesprengt. Da liegt einen tot. Wer ist das Nico? Warum hast du den Nico erschossen? Weil er auf Roni hat geschossen. Der Nico schiesst auf alles. Immer einfach so. Hä? Ich habe nur mit dem Nico zu überschießen. Wer läuft da auf mich? Wer läuft da vorne? Wer läuft da auf mich? Woa, 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 woa! Alter, Alter! Hey, ich bin hier hinten hinten. Ich bin hier hinten hinten. Du würdest dich auch nicht selber töten. Alter, mein Herz. Hey, Roni schiesst auf mich. Ja, er ist das gelaufen. Roni, du könntest es so ausgelöst haben. Ich weiss es. Ich kann beide nicht trauen. Stimmt. Timo, ich komme nicht aus dem Ecken. Das ist wie geil jetzt. Oh, der andere bekommt jetzt gleich das Sammenschiss von seiner Freundin. Und bei mir ist sie auf YouTube. Geil. Also, ich nicht. Wir müssen da hinten schauen, ob sie da stehen. Hallo, Roni. Wow, 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 wow. Okay, dann kommen wir zu dir. Hey, warte, da kann er springen. Was ist ein Ikendary Granate? Kann ich die mal... Ikendary Granate? Ich habe es nicht richtig gelesen. Ich habe einfach geschossen. Oh, normal. Ah, das ist die, die brennt. Ist Romy ein bisschen wütend, Kai? Hallo, hallo? Ja. Jetzt stocken das Game bei mir. Ist Romy wütendig, Kai? Ja, Kai, wir hören dich, hallo. Ja. Hallo. Ha, hallo. Läuft ihr im Dunkel auch bei mir das Rohanitaschland? Je nach Wetterlage. Jungs, suche ich jetzt mal noch den Niko. Er ist innocent gewesen. Nein, ist wahr. Ja, stimmt. Wow. Wow. Was ist das gewesen? Der Panzer ist plötzlich explodiert. What the hell? Du bist der Einzige, der drauf sieht. Äh, nein, ich weiss nicht mal wo der Panzer ist. Timo, komm weg von mir. Wer bist du? Ich gehe jetzt in den Laden rein. Also ich weiss, dass es einer von euch zu sehen ist. Was ist in dem Laden? Kommt der Kugel von mir. Ich weiss es auch gar nicht. Nein, warte jetzt mal. Du hast mich vorher einmal in die Luft gejagt, als ich den sehe. Ja, komm mal hin. Nein, 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 nein. Komm mal hin. Nein, 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 Kai. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So läuft es nicht. Aha. Es ist der Timo. Er ist so schlecht. Timo? Lebst du noch? Es ist der Timo. Ja, fuck. Dann fährst du wieder nicht der Timo. Nö. Timo lebt noch. Er läuft rum. Nein, ich glaube nicht. Timo, sag etwas. Ich habe andere Waffen. Warte mal. Nehmen wir mal den Timo. Aha, okay. Es könnte schon sein, dass er es so macht. Ich kann dir auch sagen, wo er ist. Wenn jetzt der Timo noch lebt und noch zu sein wäre, dann hätte man sicher gesagt, Ich bin nicht im Fall. Ich bin nicht. Wenn der Timo noch lebt und nicht noch zu sein wäre. Ah, fuck der Timo lebt noch. Okay. Kai? Niko? Ja, ich rebe noch. Okay. Dass er nichts sagt, obwohl er noch lebt, sagst du alles? Was meinst du, schaffst du es hier aufzukommen, ohne dass ich dir eine Hälfte geben kann? Okay, scheiss auf mich mit dieser Blasterkarte. Timo, Timo ist es. Ich bin oben auf dem Dach, er ist hinten im Gang. Timo, schau mir jetzt nicht. Ich bin jetzt da nicht dahinter. Fick dich Timo. Jetzt bekommst du Eddie, aber dann wie. Wo ist er? Wo ist er? Das ist hinten, wo du auf das Dach hochkommst. Okay. Der ist im Gang. Ich bin auf dem Dach. Hey, komm mal auf den Kirchenturm. Gut, der bist verdammt ausgestellt. Oh oh, hat er etwas aktiviert? Ja, irgendetwas. Trader hat es gehabt. Schon wieder ein verdammter Sniper, Mann. Oh oh. Nehmt mich den hier auf dem Dach? Ja. Du bist so nahe, Timo. Der richtige, feige verdammt. Spass. Ich habe nur noch 20 Sekunden. Geil. Nein, der Sniper schiesst durch mich. Timo, zeig dich nochmal hier unten. Ich habe schon gesehen. Kai, lebst du noch? Mhm. Mann. Ja, ich komme ja verkackt. Ich bin jetzt langsam. Nein, ich gehe runter. Mann. Wer war es jetzt? Ich. Die Zeit ist abgelaufen. Geil. Nach dem Sieg würde ich sagen, das wäre schon gewesen. Ja, komm jetzt. Mit Trouble in Terrorist Town. Hast du deinen Leuten doch mal etwas gegeben? Hast du das Geld? Welches Geld? Nicht so blöd und nichts Geld. Nein, jeder schreibt... Kein YouTube, Manni. Hast du überhaupt schon einen Kanal? YouTube, ja. Aber nein, ich weiss nicht. So, auch für alle bei Twitch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns zusammen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kannst du bitte wieder hinzauern? Okay. Ja, geil. Hey, ich muss mich aufhören, ich sollte morgen schaffen. Kommt mir in den Sinn? Ja. Meine Folge müssen wir noch fertig machen. Also gut. Dann fangen wir noch ein Spiel oder wie? Oh, es geht schon los. Oh. Ja. Ist schon einer tot? Ich suche immer noch Sniper. Timo? Ich lebe noch. Kai? Ja. Nicole? Ja. Alles klar. Hey Timo, trotzdem noch eine Frage. Wie hast du das? Ja. Ist das das mit dem Telefon? Ja, musst du in den Traitor-Room rein und dann auf das Telefon. Ja. Aber wo ist der Raum? Oder wie findet man so einen Raum? Was für einen Raum? Ja, wer schiebt aufeinander? Der Nick. Ich habe hier die Schiebe rausgeschossen. Ah, gut. Äh, der Raum ist dort, wo du vorhin die Stegen auf bist. Kannst du doch rechts in die Schiebe rein. Ja. Und dort, nachher. Und dann zur Türe, die du öffnen musst. Hier. Hier oben. Was ist? Was tust du, wenn man nicht der Traitor ist, der reingeht? Da kannst du nicht rein. Da kannst du nicht rein. Das ist ja die Tür hier. Was ist ja dann? Also warte, schiss schnell. Auch wenn du das bist, zeig mir das. Hier. Was ist jetzt mit dem 32er hier? Da geht's ja raus. Okay. Schiss. Warte, schiss bitte. Wir koordiniert. Ja. Wer schiesst da oben? Also jetzt könnte ich hier rauskumpeln? Nein. Hier ist aber so ein Fingerchen. Timo. Ich kenne die Tür auf. Okay. Also, ich bin noch neben dem Raum. Und wenn ich jetzt da oben bin, ist es der 32er. Ich bin schon wieder in der Mitte der Map. Okay. Dann ist es vielleicht nicht. Ich suche immer noch Sniper gewesen. Wer vorher hätte Sniper gewesen? Hier. Ich kann ihn umlassen. Nein! Ja, ich bin gestoppt. Wo? Hä? Timo. Okay. Kai, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Du bist hier. Ja, Nico. Es ist Timo. Es ist Timo. Nico. Es ist Niko safe. Ich bin so hart. Ich habe keinen Zorn. Kai, mach dich, man. What the hell? Ich habe keine Munition. Mach dich, du Arsch. Niko ist ein Arschloch. Warum ist Niko ein Arschloch? Ja, er hat wirklich Kraft auf dich schiessen. Ja, ich meine. Oh nein, da ist es! Hey, wo ist dein Gewehr? Ah, da. Lalalalalalalala Lalalalalala Es bringt sie zu sein. Nein, da. Warum wird es bei uns gerne auch spannend, wenn alle ausser die zwei tot sind? Es passiert immer, innerhalb von zwei Sekunden sind alle tot und er ist nur noch... Und du... Stirb! Oh meinst... Ah, nicht keine Lust mehr! Nein! Ah! Ich bin die verdammte Leiter hoch und dann bin ich wie ein Lift, verdammt schnell hoch! Er geht runter und alle für eine Angrafenverdächtigung bringen ihn um. Top-Runde! Top-Runde! Ich bin fast verreckt! Ich bin verreckt, also ich bin verreckt! Kann ich schwöre, du musst mir nicht sagen, wie man das macht. Und nicht darf ich nichts mehr sagen und dir alle verdammt. Ja, aber das ist ja... Also nein, wartet doch! Okay, jetzt gestanden, lass uns weg. Jaja, Jungs... Ist das nur das Letzte, oder wie? Ah! Sorry, 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 sorry! Sorry, ich hab gemeint... Nein! Entschuldigung! Ich hab gemeint, das ist noch nicht im Laufen. Entschuldigung! Ja, genau! Wirklich! Nein, ernsthaft! Schlau gemacht, Timo! Nein! Wirklich, sorry! Ich habe noch 34 Level. Wenn ich der Traitor wäre hätte, ja, der Panzer aktivieren kann. Du bist drauf gestanden. Das wäre aber zu offensichtlich gewesen. Es ist niemand da gewesen, der es hätte sehen können. Sicher, ich hab dort hingeladen. Natürlich. Nein! Wirklich, Entschuldigung. Ich bin es nicht. Ja, genau. Nico! Ah nein, es gibt noch Radar. Ist das nicht schlauer? Fuck! Das ist so hart, Nico. Oh, die bin's nicht. Okay, Moment. Einer kommt jetzt zu der Haie rufen. Okay, Moment. Kau! Einer kommt jetzt zu Hause rufen. Der Trigger ist bei mir... Ich höre, das ist der Diko schon an. Vor allem bist du jetzt in der Traitor-Ru! Oh, das stimmt gar nicht! Er hat es nicht praktiziert. Alter, ich bin nicht im Traitor-Ru! Ich bin um die Uhr, wo ich bin, um die Uhr, wo ich bin. Ich bin da hinten bei der Mauer, wo ich fahre in der Tringsronja umgebracht habe. Ah, da geht neben der Trigger-Rumme. Du bist so schlecht, Dig, Alter. Warte. Du bist so schlecht. Warte, bist du bis ich runterkomme, oder was? Stopp. Du bist so schlecht gegangen. Ahhhh. Das Portal geht ja da hinten, wie schlecht ist das? Ja. Du kennst das Portal nicht. Du bist zu schnell gegangen, rein geht's nachher. Ja. Das ist so schlecht. Warte, wenn ich das Mikro... Hey, aber das... Immer... Man muss mit Control drücken. Das ist ja verdammt der Finger. Oh, es wird höher, wo du gumpen. Ja, nein. Das ist doch mehr wie Klettern, oder nicht? Ja. Klettern ist ja nichts anderes, als auf Gump und die Böcke. Oh, Alter. Kannst du mit dem Auto es laufen, oder was? Nein. Ich weiß nicht, das kannst du nicht. Verpackst du es nicht. Aber wie kannst du denn solche Sachen laufen? Oh, es geht los, oder? Hey, hey! Innocent. Hey, hey, hey! Okay, jetzt habe ich Unshooting geschossen. Ich habe gemeint, dass du meine Handkranata... Eigentlich habe ich nicht mehr so einen Dings laufen. Kim, du bist bei mir? Aber bist du das, Kai? Da kommt noch der Triggerer. Ah, da hast du mich abgeschossen, oder? Ja, ich habe geschossen. Okay, okay. Okay, okay. Wie kann man das? Mit einem rechten Mausklick. Keiner ist drauf. Also mit dem Magneto-Stick. Und dann etwas anwählen und mit dem rechten Mausklick. Komm, läss es raus, Ronny. Was, 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 was? Nein! Lass es raus! Bitte, schiessen wir... Strasenblockade! Strasenblockade! Warte, kannst du auslösen, bitte? Rechts? Hä? Nein, aber dann verschlägt er es ja. Nein! Rechts! Weißt du, wo rechts ist? Ja... Ja... So, mach jetzt wirklich eine Strasenblockade. Jetzt hast du ja etwas. Ja, du... Ich kann jemanden starten. Aha... Und jetzt Nico. Nico starten. So, schau, es ist etwas sogar im Bag. Ohohoi! What the hell? Was hat der gemacht? Timo, lebst du noch? Ja... Okay, ja, ich sehe dich. Oh, fuck! Oh, fuck! Timo, warte! Kai! Seid die anderen beiden tot? Kai, lebst du noch? Kai? Nico? What? Hallo, Timo! Ah, ja! Komm, daher noch nicht! Wer ist das da? Scheisse... Ja, das kann ich mir nicht zweimal sagen. Aber ich sehe nie den gleichen vom Kai. Der lebt noch. Ah, nein, da hinten. Ja, dann kommt der Herr Roni. Werde ich dir schon einen Gefallen machen, dass ich beide umbringe. Hahaha. Ui, 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 ui. Ah, jetzt ein Sniper? Aha, so geht das. Hahaha. Ich kann nicht mehr wegbeamen. Das muss ich auch kaufen. Das muss ich auch kaufen. Das muss ich auch kaufen. Nein, 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 nein. Da hinten... Nein, man muss sich hinten laufen. Man muss sich hinten laufen. Drahtaus laufen, Roni. Wer rechts? Hey, hört auf, schnurren! Ihr seid tot. Drahtaus. Ihr seid geil, ist der... Links. Es ist total offensichtlich, Roni. Hinter dir, Alter. Nein, er ist dort hinten. Hinter dir. Roni, hier. Mal rechts. Es ist ein grosses Blatt. Nein, Roni, fallst du dich. Roni, Roni, es ist eh ganz hinten. Kann er hier durchschiessen? Nein, aber Roni, geh ganz hinten. Alter, wieso helft ihr ihm? Ihr seid mit mir. Er ist der Traitor. Ja, aber es ist ja traurig, dem zuzuschauen. Ja, jetzt hört auf. Ist es doch klar, dass der Wart ist, bei sie rauszukommen? Ja, Roni, jetzt lauf den Tieren einfach. Nach hinten, der leuchtende Punkt. Nein, wenn ich hier hinein gehe, dann gehe ich sie aus. Nein. Roni, jetzt gehe ich zu dem leuchtenden Punkt und du stehst dann dort hin. Kann ich etwas aktivieren und gleichzeitig... Nein, du kommst nicht mehr raus, du musst nicht nach hinten hinlaufen. Du verlierst auch die Zeit. Ja. Also du... Jetzt fett die Tür von hinten auf. Hä? Ich habe gerade einen Fogu getötet. Ja, die hat es gesehen. Geil. Okay, jetzt habe ich die Granate von nichts weg geschossen. Jetzt solltest du dich auch ekeln, weißt? Oder willst du dich... Ich will die hier nicht raus, weißt? Ich will die hier nicht raus, weißt? Wieso? Timo, das ist in Trader Room. Ja, und der Pussy versteckt sich. Laufst du wirklich, weißt? Ich habe einen Plan. So nicht. Ich weiss nicht, wie intelligent mein Plan ist, aber es hat mir heute schon mal geholfen. Apropos intelligent, er hat sich getränkt. So Roni, kannst du kommen. Hast du noch eine Minute Zeit? Was? Der Sniper schiefft hier auf mich? Ja. Ah, geile Info. Alter, wieso kaufe ich das? Das habe ich vorhin etwa 5 Mal gesehen. Aha, okay. Wie verreckt hat mich mein eigener Sniper? Bist du wieder in... Komm, Baby. Niko. Ernsthaft? Wirst du da rein? Ich habe mich auch schon dran. Was hast du jetzt wieder aktiviert? Ah, ich habe gemeint, ich habe Koch... Nein, noch 25 ist das Ding, oder? Du musst kommen, Digga, du musst kommen. 30 Sekunden. Ah nein, 30... 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ja, super. Komm zu mir, ich bin in der Küche hängen. Komm an der Küche. Ich kann mich teleportieren. Komm einfach zu mir. Ich kann mal schiessen. Ah, okay. Scheisse. Komm. 15 Sekunden, komm zu mir. Du bist auf der anderen Seite in diesem Laden. Ich bin hier, Roni. Hier bin ich. Ich weiss, aber ich kann mich irgendwie nicht zu dir teleportieren. Ja, ich kann ja einfach laufen wie normale Menschen. Du kannst dich nur von A nach B. Komm, Roni. Overtime. Letzte Chance. Komm, Roni, hier. Ja, Alter, das Neid hat mich auch kaputt. Schnell. Zeig ich euch jetzt hier am anderen Land. Komm. Komm, Roni. Hast du keine richtige Waffe? Roni, komm jetzt. Ich habe nur die Pistole. Komm, schnell. Zeit. Jetzt musst du über die Strasse. Zeit. Overtime. Komm, Roni. Schneller. 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 Komm. Er ist da hinten in der Mecke. Komm hinein. Komm hinein. Hier bin ich. Komm hinein. Komm hinein. Schnell. Roni. Komm, schneller, du Sieg. Nein, ich weiss genau, dass du mich sprengst. Fuck. Jaaaa. Skill. Cool. Sorry, Nico. Kai, aber die Versuchung ist zu gross gewesen. Sorry, Nico, Kai, aber die Versuchung ist zu gross gewesen. Jaaaa. Der Nico ist mit dem Fass rumgelaufen. Und dann musste ich einfach drauf schiessen. Gar nicht der Roni gewesen. Nein. Was? Oh, ich hab dir das ausgelastet. Ja, du hast den Panzer ausgelast. Du hast den Kai gesprengt. Und ich hab gleichzeitig den Kai in die Luft gejagt. Äh, der Nico in die Luft gejagt. Was fass hat der Hand gehabt. Ich hab einfach müssen. Tut mir leid. Wieso fing ich in ihren Schneider? So. Und wir wären heute bei 25 Minuten. Und dementsprechend, liebe Damen und Herren Zuschauer, schön seid ihr dabei gewesen. Ich hoffe, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder Kanal abonnieren, liken und so weiter, damit ihr wisst, wie es läuft. Das Spiel Roni hat das Spiel verlassen. Gut, tschüss Roni! Und äh, merci a Kai, merci a Roni, merci a Nico. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Salut. Servus. Tschüss.